Herzlich willkommen bei Runners Point. Ich präsentiere euch nun einen neutralen Laufschuder Extraklasse, den Mizuno Wave Enigma. Der Wave Enigma richtet sich an alle Neutralläufer oder leichte Überbronierer, die besonders großen Wert auf maximalen Dämpfungskomfort legen. Gleichzeitig bringt der Enigma die bei Mizuno typischen Eigenschaften Dynamik und Leichtigkeit mit. Das Einsatzgebiet des Enigmas sind vorwiegend Trainingsläufe auf allen Distanzen. Der Enigma hat eine AP Plus Zwischensohle für maximalen Laufkomfort. In die Zwischensohle eingebettet ist die einzigartige Mizuno Wave Technologie. Die Wave Technologie ist eine Kunststoffplatte in Wellenform, die gleichzeitig für Dämpfung und für Stabilität sorgt. Das Besondere beim Enigma ist, dass die Wave Technologie vom Fersenbereich bis zum Vorfußbereich geht und damit die komplette Abrollbewegung des Fußes unterstützt. Das hochwertige Obermaterial des Schuhs passt sich bei jedem Schritt dem Fuß perfekt an und sorgt für optimalen Dreieckomfort. Den Mizuno Wave Enigma, das High-End-Modell unter den Neutralschuhen, erhaltet ihr in allen Runners Point Filialen und unter www.runnerspoint.com.